Auf diesem Knutsch-Foto via Instagram zeigten sich Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Laughlin und Profifußballer Daniel Franziskus in Love. Daniela Katzenberger hat kein zum Knutschen, aber zum Kuscheln. Ihre drei Stubentiger Lulu, Romeo und Pipi Lotta weckten sie heute schon um 5 Uhr morgens. Auch Tennis-Ass Sabine Lisicki hat tierischen Besuch in Melbourne. Den will sie ihrer Facebook-Community natürlich nicht vorenthalten. Nach Heidi Klumms Zitronensaft-Diät nimmt sie nun an Tag 5 langsam wieder normale Nahrung zu sich, wie sie auf Instagram zeigt. Oh oh, was sagt ihr, schreibt Alena Gerber auf ihrer Facebook-Wall und zeigt sich plötzlich Brünett statt Blond. Die meisten glauben, es ist nur eine Perücke. Auch Marie Nasemann will sich haartechnisch verändern. Wie will sie ihren Fans erst später verraten? Der Hashtag Great Length lässt aber eine Haarverlängerung vermuten und damit bis zum nächsten Mal.